Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. Wii U Deluxe. Erschienen auf der Wii U gezackt auf der Switch. Hier kann ich es euch beweisen, dass ich beim letzten Mal eine Welt übersehen hatte. Aber... Ich topiere jetzt den Spielstand, weil die Aufnahmen vom letzten Mal, also von gestern quasi, waren echt gut geworden. Ja. Dann wollen wir doch mal weitermachen. Nach dem krassen Scheiß, was gestern passiert ist, möchte ich mal hoffen, dass es heute nicht so krass wird. Wobei, es könnte heute wieder krass laufen. Weil wir befinden uns schon in der sechsten Welt. Und wir müssen leider nochmal in den Turm, weil wir da noch den zweiten Ausgang brauchen, bei dem wir nur als Miniatur rankommen. Und der war nämlich sofort hier. Am geilsten wäre es, wenn wir nicht den Mittelpunkt berühren. Also diese Flagge. Da mache ich am besten mal eine Stampfattacke und springe rüber. So. Weil ich muss sonst die ganze Burg wieder beenden und dann von vorne spielen. Und darauf habe ich nämlich gar keinen Bock. Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Oh mein Gott. Aber es ist doch noch nicht vorbei. Aber da kann ich auch warten. Und mein Controller vibriert gerade, weh in diesen scheiß rollenden Stachelfelsen. Und da haben wir schon das Secret Exit. Aber hoffentlich ist das Bild optimal. Nicht, dass ich etwas zu nah am Bildschirm bin. Aber ich kann es ja in dem nächsten Part wieder ein bisschen zurückstellen. Wenn die Aufnahme nicht so gut wird, kann ich das ja nochmal neu aufnehmen. So, wo führt mich das hin? Kann es mir in 6... Ach, Knochenbahnen im Dunkel waren. Warte mal. Da ist was. Und zwar ganz safe. Ach, toll. Ich dachte, da wären die Startpoints, aber ich weiß ja, wo die Startpoints hier sind. Von daher dürfte das kein Problem sein. Ja, die Knochenfahrt ist keine schöne Angelegenheit. Und es gibt hier eine Challenge, da muss man alle Mumpsen sammeln. Wow. Aber als Miniatur habe ich überhaupt keine Chance, sehe ich gerade. Von daher kann es sein, dass ich das Level gleich nochmal spielen muss. Das war scheiße. Das war scheiße. Ja. Das war scheiße. Ich habe schon mal rein. Ja. Ich habe als Miniatur keine Chance. Aber dann machen wir das Level einfach mal so. Aber es wird vielleicht sowieso mal Zeit, ein Item zu benutzen. Das habe ich jetzt verstanden. Ja. Das habe ich jetzt verstanden. Ja. 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 Okay. nächster Versuch. Also in dem Fall komme ich da als großer besser klar. also da war die erste gewesen, da war ich ja noch so rangekommen. Und wie wir immer noch sehen, spielen wir weiter mit Luigi. Ich glaube, ich werde dieses EP auch durchziehen mit ihm. Und wenn wir heute DUT vorankommen und auch die Aufnahmen DUT werden, wenn wir bis zum Bowser kommen. Ich weiß, dass es zwar noch eine Sternbild gibt, aber die werde ich dann vielleicht ein ganz anderes mal machen. Weil ich nämlich gestern schon zu viel aufgenommen habe. Oh Mann! Das ist doch Blödsinn jetzt! Das ist jetzt bitter! Ja, gehe ich halt noch ein drittes Mal. Ich hätte zwar auch sterben können, aber sicher ist sicher. Ja, manchmal gehe ich doch dann zu sehr auf Sicherheit. Here we go! Let's go, Buo! So. Dritter Versuch. Ich brauche unbedingt den zweiten Stern. Oder ich werde das jetzt einfach beenden. Solange ich natürlich nicht drunter falle, weil sonst zählt das eh als Fail. Weil Leben habe ich ja auch so noch, da kann ich ja meinetwegen Leben verbraten. Also da wird man eh bejubelt. Alles klar. Wenn ich jetzt wieder... Dümm, dümm, dümm. Nein, der Stern war es nicht. Es werden leichter mal liegen. Düdüdüdümm. Auch wenn man jetzt dafür noch ein bisschen Punkte farmen kann, aber Mai jetzt nicht. So, jetzt aber komm. Jetzt aber. Yeah! Okay, dann müssen wir leider runter und die Starcoin holen. Und das schaffen wir ohne Sternen nicht. Und den Rest da ist so. So, dann haben wir dieses Level abgeschlossen. Dann nehmen wir erstmal hier runter. Oh nein! Doch nicht dieses Level! Achja, das war das auch mit diesen Kettenhunden. Die sind so ätzend. Fand ich hier in Super Mario Bros. 3 schon ätzend. Genau! Wow! Gar nicht wies. So, hier war direkt die erste Starcoin. Toll! Das lief hier mal wieder wirklich beschissen. Was sei denn? Oh! Wow! Das hätte jetzt böse enden können. So, auf jeden Fall muss ich hier rein stampfen. Und da war die erste Starcoin schon. Ah, diese Musik wieder! So, wie war das denn jetzt? Ich weiß, dass sie schnell sein musste. Oh Mann! Ich trappe mich mal, ihr Pissviecher! Wow! Aber wie war das denn jetzt? Waren da nicht nach unten noch diese scheiß Steine? Mann, nee, ey! Toll! Ich muss noch mal rein, ey! Denn da ist nämlich die zweite Starcoin drin! Dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm! Na, toll! Leben! Ach, da ist die Starcoin! Aber ich muss da gleich nochmal rein! Kerna! LASTER Mmmh So. wow so So. Und auch dieses Level ist schon mal fertig, aber ich muss da leider nochmal rein. Tut mir leid, falls ihr euch jetzt langweilt. Ich möchte nämlich unbedingt alles haben. Hier geht's! Okay. Nächster Versuch. Aber gut, ich hoffe mal, dass wir den Eichelpitz behalten. Nee, okay. Wow, wow, wow! Nein, nein, nein! Nein! Mann! Ich warte jetzt erstmal, bis das Ding runter ist. Mann, wieso springst du denn nicht jetzt? Nee, das seh ich jetzt nicht ein. Mann! Was war denn jetzt passiert, dass du jetzt nicht auf diese Plattform springst? Ich dachte, wir sind Freunde! Aber komm, nächster Versuch. Mann! So, jetzt habe ich den Eichelpilz. João. So! Genau! drauf. So, den Rest wash ich so durch. Und gleich kann ich schon den Part beenden hier. Ein Level passt da auf jeden Fall noch rein. Na, ich werde jetzt die Parts ein bisschen kürzer halten. Damit ich mir nicht zu viel Aufwendiges auftue. Also ein Level passt da auf jeden Fall noch rein. Und dann muss ich den Part beenden. Ich beschränke mich jetzt wieder nur auf 20 Minuten Folgen, weil gestern waren doch einige Parts echt zu lang. Zumindest für meine Augen. You made it! Ja, ist ja leise da oben. So, was haben wir? Dunkle Blockade. Das hört sich gar nicht gut an. Ist es auch nicht. Aber, wir drehen Hilfe durch einen Stern. Zack. Hoho. Mann! Mann! Okay. Okay. Weh! 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 Naja, jetzt wird man hier aber ganz schön mit Sternen beschmissen. Das verschafft einen kleinen Vorteil für uns. Und lass mich raten, hier war doch was. Ja, aber treib mal! Aber wir haben es hinbekommen. Boah! Wow! 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 Einfach nur wow! Okay. Es geht hier wohl weiter. Dim dim dim. Da ist hier gar nichts mehr. Ach so. Ja, alles klar. Mann, explodiert es so. Mann, explodiert es so gut. So, das kann ich hier auch benutzen. So. Okay. Ja, so kann man es auch machen. Was war hier nochmal? Leben. Ernsthaft? Na toll. Tolle Wurst. So. Ja, warte mal. Achso. Hat sich gemütigt. Oh nö. Oh nö, nicht die Feuerbrüder. Haut ab. Zack. Ja, genau. Ist klar. Wow, Bruder. Was? Ich wollte es mal auf den drauf springen. Bye, bye. Ja, bye, bye. Na toll, ey. Hä? Okay, wir wissen wo die Starpoint ist. Deswegen... euch da nicht weiter rum suchen. Okay, so die ist auf jeden Fall nicht. Zack, zack. Hau ab. Wow, wow, wow. Ach so. Das ist ja auch noch was. Aber nur ein Pilz. Den kein Schwein braucht. Kann ich ihn mit der Bombe verletzen, wenigstens? was? Oh, nice. Okay, dann weiß ich schon mal, woran es in dem letzten Versuch gescheitert ist. So. Dann beende ich mal den Part. Bis zum nächsten Mal. You've made it. Bis gleich. Hallo?